So, wir werden heute Algo anschauen in US-Dollar. Wir haben hier einen relativ sehr, sehr kurzen Chart. Ja, ich bin immer wieder beeindruckt, wie viele Kryptowährungen hier im Jahr 2020 oder quasi Ende letzten Jahres an den Start gingen. Das ist relativ interessant und sehr, sehr schön. So, wir sehen jetzt einen Ausschnitt von 2019, September bis quasi Juli 2020 und wir sehen hier wirklich so eine Formation, das ein bisschen abgehackt ist, aber nicht schlimm. Diesen Sturz hatten wir im Rahmen der Corona-Krise bekommen im März. Ja, da ist es von 50 Cent auf 10 Cent runtergefallen, also um das Fünffache. Was sehen wir hier? Eine sehr schwache Leistung eigentlich. Andere Kryptowährungen wie Cardano oder Syneca haben um das Zigfache nach oben gelegt, also performancemäßig. Und wir sehen jetzt hier bei Algo, der ist von 50 Cent auf 10 Cent runtergefallen, um das Fünffache und hat das nicht geschafft, um das Zweifache, also hochgegangen auf 25. Also Fünffache runter und der hat es gerade nochmal geschafft, um das Zweifache nach oben zu gehen. Also Performance sehr schlecht, aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Wir schauen mal, in welche Richtung es gehen könnte. Also wenn man jetzt den Chart mit Bitcoin vergleicht, ich nehme das immer als Referenz mit anderen, sage ich mal, Kryptowährungen, um zu schauen, in welche Richtung es geht. Wir haben jetzt bei Bitcoin den Fall, dass der langfristige Abwärtstrend durchbrochen worden ist, also hier in dem Bereich, und wir so eine Hammer entwickelt haben. Und das ist so, ich erwarte, dass der Kurs von Bitcoin ungefähr bei 8.000 liegen könnte, sollte er, dass der Aufwärtstrend, den wir hier sehr, sehr stark hatten, also das, was mir gefallen ist, also von 9.000 auf 4.000, von 4.000 wieder auf 9.000, meine ich, er hat seine Verluste wieder wettgemacht. Und das muss natürlich kompensiert werden oder quasi abgefedert werden oder quasi, wenn wir zu heiß gelaufen sind, ist man halt in so einer Konsolidierungsphase. Wobei ich sagen muss, Bitcoin ist relativ stark, bleibt überhaupt der Abwärtstrend. Schlimmer wäre es, Vorsicht, wenn wir hier runter rasseln, ja, das ist bärisch, das ist sehr, sehr gefährlich, aber ich denke, so weit wird es nicht kommen. Wir werden wahrscheinlich hier bei Bitcoin diese Marke hier, ungefähr 8.300, 8.200, mit einem Fegeausbruch hier unten, so einen Doppelboden machen, eventuell einen Dreifachboden, und dann geht es die Richtung nach oben, das heißt, Richtung 14.000, 15.000, Richtung 20.000, so. Vergleich zu Algo, wie würde es denn hier weitergehen? Wir haben, sag ich mal, auch hier den langfristigen Abwärtstrend haben wir hier durchbruch, das heißt, dieser Fall, also wir haben hier diesen Abwärtstrend, und ihr seht, dieses Kleine hier zeigt uns, dass der langfristige Abwärtstrend gebrochen ist. Wir haben jetzt auch hier den Aufwärtstrend, der wurde auch gebrochen, das heißt, wir sind unterhalb dem Aufwärtstrend gefallen, ja, und das war der Aufwärtstrend, wir sind durchgefallen, nach unten, aber hat den Schaden, dass wir den langfristigen Abwärtstrend hier durchbrechen konnten, das heißt, wir sind dann hier in dem Bereich gelandet. Wie geht es jetzt weiter? Eigentlich relativ politisch, weil die nächste Folge wird wahrscheinlich sein, dass wir nochmal runtergehen, wenn Bitcoin auf 8.000 Dollar runtergeht, ja, aber dann erwarte ich wirklich einen Schlag nach oben, ja. Den Angriff auf diesen Aufwärtstrend, den werden wir wahrscheinlich durchbrechen, ja, wahrscheinlich sehr, sehr, sehr stark durchbrechen, ja, das heißt, wieder die Höchstkurse Richtung 55 Cent, da haben wir noch Widerstände, und ihr seht hier sehr, sehr elegant, ja, dass wir in einem Schulter-Kopf-Schulter-Formation sind, das heißt, linke Schulter, Mitte, und dementsprechend wird wahrscheinlich die rechte Schulter hier auf diesem Aufwärtstrend gebildet werden, ja. Das heißt, wenn wir hier es schaffen, oberhalb diesen Aufwärtstrend zu kommen, ja, das heißt, wir haben hier, wenn wir hier diesen starken Anstieg bekommen, und bei 55 Cent und für abprallen, und oberhalb diesem Aufwärtstrend bleiben, das ist, das ist, ihr seht schon, es sind schon mehrere Faktoren. Erstmal müssen wir den Boden nochmal bestätigen, hier, das heißt, es kann sein, dass es wirklich runter absackt, Richtung 13 Cent, ja. Dann, wenn der Boden bestätigt ist, hochkommen, die Höchstkurse nochmal abtasten, ja. Und wenn wir das auch noch hinter uns haben, auf diesem Aufwärtstrend quasi bleiben, dass wir nicht absacken nach unten, ja. Natürlich wäre das Case-Szenario genau sein, dass wir hier nach unten wieder absacken, aber bleiben wir mal bei dem positiven Trend, dass er auf diesem Aufwärtstrend bleibt, ja. Und dann haben wir, wenn wir diese, alle drei Faktoren quasi hinter uns lassen, dann sind natürlich höhere Kurse Richtung 1,40 oder mehr zu sehen, ja. Ich finde das relativ interessant, aber wie schon gesagt, da müsste schon hier Bitcoin auf Richtung 15.000 ungefähr kommen, weil der Chart, also wenn man das mit Bitcoin vergleicht, der hat ja das, was er verloren hat, wieder wettgemacht. Und wenn man jetzt hier schaut, das, was er hier gefallen hat, ist der Algo. Also von 50 auf 10 Cent konnte er nicht wieder wettmachen, das heißt, um das Fünffache gefallen, um das Zweifache gestiegen. Also Performance-mäßig eigentlich sehr schlecht, aber wie schon gesagt, bei diesen Sachen muss man immer vorsichtig sein. Was noch ist, was noch nicht ist, kann noch werden, weil wir hier schon relativ Zeichen sehen, wo wir quasi einen starken Anstieg hier erwarten können. Und dementsprechend ein Signal ist zum Beispiel hier, dass wir den langfristigen Abwärtstrend durchbrochen haben. Und das ist gut, weil der langfristige Abwärtstrend besteht momentan nicht mehr. Ja, höchstens, wir müssen noch ein bisschen tiefer gehen. Und dann können wir sagen, okay, der Abwärtstrend ist abgefrühstückt und wir können eine neue Formation hier beginnen. Also ich finde das relativ interessant, das ist auch günstig bewertet, hat auch Potenzial. Also Performance hier schlecht, ja, alles okay. Aber langfristig gesehen denke ich schon, dass wir relativ höhere Kurse sehen werden, weil wir hier auch schon relativ starke Schwankungen haben. Ja, die Kultu-Währung kommt ja ungefähr auch von 80 Cent. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir 80 Cent hier irgendwann sehen werden, ist auch hoch, auch im Widerstand. Wir müssen uns das nochmal, ja, im späteren Punkt nochmal anschauen, in welche Richtung es gehen könnte. Wir gucken mal noch ein bisschen genauer nach. Wie es dann dazu gekommen ist, dass der langfristige Abwärtstrend oder der Aufwärtstrend hier nicht mehr gehalten worden ist. Das heißt, hier seht ihr, dass der Kurs hier entlang der Aufwärtstrendlinie gegangen ist. Aber hier wir einen Bruch gesehen haben. Wir sehen hier schön, dass wir immer tiefere Tiefs gebilden. Dementsprechend erwarte ich, dass der Kurs wieder hier ein Tief machen wird. Weil ein bullisches Szenario ist es nicht. Hier ein Tief, hier ein Tief, hier ein Tief, dreimal Tief. Man kann nicht erwarten, dass da jetzt hier nur Sprünge nach oben macht. Dementsprechend wird wahrscheinlich der langfristige Abwärtstrend hier nochmal getestet bei 17. Ja, mit 17 sollte eigentlich eine gute Möglichkeit geben, gut einzusteigen. Wir sehen auch hier Tiefkurs bei 17. Und wenn man jetzt mal weiter rauszoomt, sehen wir hier, ja genau, einen Doppelboden. Also wir haben gute Chancen, hier einen Doppelboden zu machen. Aufgrund dessen, dass wir hier schon was haben. Einfach Doppelboden oder Dreifachboden, dann soll es eigentlich nach oben gehen. Die Kurse hier, ich persönlich denke nicht, dass wir die nochmal sehen werden. Also 11 Cent ist unmutig, aber ich denke, wenn wir sie sehen, ist okay, wir können mal einsteigen, aber ich denke nicht, dass wir die sehen werden. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, bis demnächst und teilt meine Videos, abonniert meinen Kanal. Der Kanal ist auf euch angewiesen. Deswegen, wenn ihr sagt, okay, die Videos sind sehr schön, einen Daumen nach oben und die Videos liken. Vielen Dank. Schönen Abend. Schönen Abend.